Aber das ist auch, ey, das ist einfach, also, pfff, das könnte ich gar nicht jeden Tag streamen. Oh, da hätte ich ja nur Sodbrennen. Oh, oh. Eye Racing Clips of the Month, June. Ein ganzer Monat, Twitch Clips. Oh, das kann was werden. Fantastisch, Mietzi. Hast du was runtergeschmissen? Kannst du nicht ein bisschen wie dein Bruder sein? So ein bisschen entspannter? So ein bisschen weniger Tastatur und so ein bisschen weniger breit machen? Ja, bist du safe drinne? Im Juni? Mal gucken. Bei mir ist ja mit Klippen, ist ja ein bisschen schwierig. Schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Ich glaube, du bist nicht auf Wet Tires. Oh, doch. Warum bin ich in Wet? Bin ich in Wet Tires? Moment, da fährt jemand Nesca mit nicht runden Hand, äh, mit nicht runden Wheel, okay. Oh, oh. Mir fällt gerade auf, wir können die gar nicht gucken, die haben alle Musik laufen. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Okay. Okay. Das ist auch irgendwie das neue Spar, oder? Watkins Glam? Das könnte wirklich das neue Spar sein. Juga hat's ja geknallt. Holy moly. Das ist gelb, ne? Nö. Gelbe Frage ist optional im Simracing. The leader is running. 47.052. Oh oh. Holy shit, that was violent. You got... Oh, we lost the leader. Oh oh. I'm good, I'm good. I'm not good. I'm staying good. Wir haben's reingeschafft. Wir haben's doch reingeschafft, Chad. Ha! Alter, was ein Safe. Wow! Was ein Safe. Im Regen. Das ist richtig krass. Oh, der ist doch Tom. Oh, Tom ist schon 5x. Aha! Clear. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time, gang. Klingt jetzt nicht so amused. Yeah, I mean you're already along left side and then Sven just decides, nope you don't. My god the f... Ech, mate. Ah, whatever. Next incident. Kampi off. Kampi off. Daniel! Warte mal kurz. Daniel ist doch aus Australien. Warum hat der eine Abi-Flagge im Hintergrund? Warte mal. Da stimmt doch was nicht. Ho! Weißt du's, bitte, das für ein geiler Kommentator. Wow! Der ist mir ja richtig sympathisch. Ja, wow! Ein Misse. Wie er abgeht. And that might've been some beef right there with Corey. Holy shit! What? I gotta try it. Oh, I can see some cheating going up here. It's a slowdown! Aber dann geht es weg? Still da Okay, nice moves Oh oh Oh, schön gefangen Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet Dass der einfach andersrum wiederkommt Couldn't sing that cover Nope What a good amount of instant points we've met Learn how to do a multi-class race Okay, Emilio Like that? That's how you do it That's how you do multi-class baby Right here, people need to learn Take note everybody Take note everybody What a was? Was war das denn? Das war doch Cheaten What a good amount of instant points we've met Learn how to do a multi-class race Okay, Emilio Like that? That's how you do it That's how you do multi-class baby Right here, people need to learn Oh Oh, das ist krass Take note everybody Oh, das ist krass Oh, das ist krass Oh my god, I didn't even know you were there. I've just punched myself in the balls. We can win this. Oh, fuck. Unangenehm. Copy. It's strange. I'm drawing all cars. Thanks, Dan. It's invisible. Adios! Oh! Just ready. Oh, yeah! Oh, yeah! But, well! But, what is this? Apotheosic! Maravilloso! Campeon del Mundo! Let's go! Woohoo! Super Velocidad! No! Oh! Hahaha! Schade! Lo tenía todo hecho, tío! Lo tenía todo hecho! No, tío! Schade! Meine Damen und Herren, wir müssen uns in eine aufrechte Position setzen. Es ist Lubo. Let's go! Oh! Oh! Es kam gar nichts! ach! Oh! These people... These people, They're so full blind! Insane! Or an iPad to your left, please. Mate next time. Oh! dein ipad auf deine what a toaster this kitty 3 do a good line come on my goodness yes try to rock me now my goodness desus christ what entry links noch mehr karten und der exit auch links mehr karten ach so ich dachte nicht über den körper fahren fucking piece of shit till you hit me you didn't stop piece of shit who is don't tell me was konstantini fucking smurf again if he hit me he didn't stop man every time like this das ist auch schon wieder das ist auch schon wieder so ein anderes level glaube ich das ist sogar noch über jansky hier ist der tilt noch größer don't tell me was ist konstantini fucking knew it man piece of shit again always driving like moron not doing quality on his smurf for win the race of the others piece of shit sorry jack nee andy ist wirklich also andy ero andy ist gegen pablo wirklich süß süß another one man why are you here another one konstantini oh my god keep to the left clear on the rock what the fuck just happened what the fuck what come did it here wow semi-cube only has the one wheel what the fuck okay uh-huh you are the leader there's an influence behind um um did anybody know what that was all about what the fuck was that sector 2 is 0.3 off the face sector 3 is 0.6 off the face oh my god really bro oh what the fuck why 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 what the fuck just happened stewards have warned us about track limits keep it between the lines two non-track limits get christoph what the fuck oh what happened we'll need to come in for repairs i don't know i just touched i guess there was a bump on the curb it just killed me i don't know yellow flag ah the car is broken clear on the rock car on your left clear car on your left clear on the right oh nooo hier das mit dem hier ist auch echt neue meter geworden dass und einländen zu das ist einfach also da könnte ich das könnte ich gar nicht jeden tag stream oder dich ja nur so brennen ich meine ich verstehe die hintergründe da nicht wir sehen dass er jetzt nur in aus da würde ich so brennen des todes kriegen hier in der fucking colorado yes you do and i'll spot you what a fucking dirt man you suck at spotting i wouldn't hear you for four laps what do you mean i suck at spotting i wouldn't hear from you for four laps because you're off getting a fucking seven up a seven up i wouldn't i wouldn't hear you for five laps and then all of a sudden i would hear brunt it's time tomorrow to announce the kick of erdogan smithers breaking news replaced set by carton we are leading them let's go get in there man nice nice this is when they're laughing at me now look at you oh in the pilar oh völlig unberührt keine emotion null null what the fuck was what the fuck einfach einfach aus dem nix jetzt mal marsch was für lava das auto fährt wie eine 1 da waren nicht nur ein zwei schraubender junge mangel das wollte nur kurz zeigen dass man auch hier rückwärts erst ein fahren kann in den häuser schluchten oh oh you know i just realized what's up what's up we made it through what the fuck oh my lord what is john doing who i don't need to get back there he's he's turning laps around the and it's counting him as the leader no way he's turning laps through the pit road and then cutting no way the race is over someone's fucking in pit road he's getting laps and he's bleeding how did he figure that out no way you're kidding me oh my god what the fuck you're kidding me what what someone's coming to me and he's the leader and he's counting him as one i heard duos profin i'm like what the leaders are on the backstretch what the fuck and then like i was like someone's got to be ahead of this pad like genuinely funny that's crazy wow hat er jetzt gewonnen dadurch you got one on your right clear on the right or on your left still there? or your life still there? or your life still there? what the fuck 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 hat er sich das im nachgang nochmal angeguckt? hat er sich das jetzt nochmal angeguckt? ich hoffe ja also sah das jetzt nur für mich so aus oder hat er selber schon rausgedrückt? das sah so ein bisschen nach naja gut netcode i don't know ich weiß es nicht für mich sah so aus dass er den selber schon rausgedrückt oh luwo hat aber auch wirklich eine brust junge oh du so ne richtige hühnerbrust hat er macher im brustbereich macher im brustbereich so ne halt auch frau kind und so das ist schon wirklich beeindruckend muss man ganz muss man ehrlich sagen muss man anerkennen das ist wirklich beeindruckend das noch dann zu halten clear 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 okay so okay we can 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 take care there's a car approaching Einfach zugemacht Der Kommentar war schon gut, weil ich nenne Lobo auch immer Hühnerbrust Das ist auch so eine Gruppierung Stell dir mal vor, dein Kumpel ist Max Verstappen Und du machst mit dem einfach casual so Streams Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich so Screenshots sehe Also ich verfolge auch Loop, weil ich den ziemlich cool finde Hab ich mal auf der Messe kennengelernt Jetzt stell dir mal vor, das ist random einfach so Naja, also um euch das zu zeigen Max sitzt halt da, der fährt gerade unten links Und dein Kumpel ist halt einfach Max Verstappen Und du machst halt einfach easy mal zusammen so ein paar Dinge Das ist halt mein Kumpel, ne? Hat mir jetzt jeder, also wir haben ja alle unsere Momente gehabt Max Verstappen hat seine Momente gehabt Aber ist das halt für mich persönlich, das ist echt cool Ich feier das Oh mein Gott, this guy is squeezing hard Ich Fiiiis 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 Nice Torch survive Oh nein, schade Oh, hoho, schade Man Ich hätte ihm das wirklich gegön Ah Ah Er Getting tossed off by his teammate to flick him around the right way and that definitely was not the right choice of words Timothy Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab Emil Wernstorf, ja also ich verfolge den nicht wirklich und ich sehe ihn hier immer in den Compilations drin, also ich weiß nicht ob ihr den verfolgt da draußen aber der hat einfach für mich gefühlt eine unfassbar hohe Rennintelligenz und kann unfassbar gut fahren Das ist wirklich so krass, was der für für Clips, also was man von ihm so sieht Ah, Emil ist auch Rennfahrer Okay Was fährt er? Ist GP2 gefahren? Alright, danke Fährt nicht mehr Aber also man sieht auf jeden Fall dass da sehr viel hier oben passiert Das ist richtig krass Wir können alle so fahren wenn wir wollen Wir haben aber auch keine Mine verzieht, nisch? Wie aber auch keine Mine verzieht, nisch? E.D. Still 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 Well, das ist perfekt 3x, buddy 3x 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 4x 3x 4x 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 5x 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 4x 5x 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 6x 5x 6x 7x mal was gutes von logo ohne dass er sich aufreg yes dann ist er nämlich am besten finde ich ja mit solchen real basis ist nichts zu spaßen da passt noch einer rein da hat noch eine reingepasst holly molly was da los dieses dreckige grinsen irgendwas muss vorher passiert dieses dreckige grinsen von diesem typen dieser 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 lubo manchmal dieser frechdachs bis hier wir gucken uns immer wir gucken uns immer so acc compilations an von jansky und da sagen wir immer schon dass das echt toll ist dass sie so auf mountainbike gehen und sowas aber ich stelle jedes mal fest wenn wir uns eine twitch clips compilation von i racing angucken dann ist das noch mal ein ganz anderes level von also das ist schon nicht mehr ein salzstreuer das ist glaube ich schon so wie auf autobahn der hinten vier spuren besalzt da ist schon eine menge salz in der verteilung die 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 Bis zum nächsten Mal.